Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René von teach-dich.de. Kann man denn Affiliate-Marketing ohne eigene Website betreiben? Diese Frage wird mir auch immer wieder gestellt. Brauche ich denn eine Webseite, um Affiliate-Marketing zu betreiben, oder geht das auch ohne? Und wie macht man das, wenn man keine Website hat? Diese Frage möchte ich dir heute in dem Video gerne beantworten. Dazu müssen wir uns natürlich mal anschauen, was Affiliate-Marketing eigentlich ist und wie es funktioniert. Bei Affiliate-Marketing bewirbst du Dienstleistungen oder Produkte anderer Firmen oder anderer Personen und bekommst dafür eine Provision. Diese Provisionen können schwanken zwischen 5% oder 50%. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Hierfür eignet sich auch das Amazon-Partnerprogramm zum Beispiel. Da kannst du die komplette Produktpalette von Amazon bewerben und kriegst so maximal 10%. Das ist für den Einstieg gar nicht schlecht, um Affiliate-Marketing erstmal zu starten und das Ganze zu üben. Wenn du allerdings schon ein bisschen fortgeschritten bist, dann kann ich dir nur empfehlen, dir erstmal eine Nische zu suchen, in die du reingehst. Zum Beispiel Finanznische oder Gesundheit. Also irgendeine Nische auszusuchen und dir in dieser Nische dann ein Produkt auszusuchen. Am besten natürlich ein Produkt, was du empfiehlst, das du auch selber nutzt, von dem du überzeugt bist. Und das Allerbeste wäre natürlich, wenn dir das Produkt auch Monat für Monat Provisionen abwirft und nicht nur eine einmalige Affiliate-Provision. Das wäre das Optimum, was du dann erreichen könntest. Um Affiliate-Marketing zu betreiben, gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Du könntest Affiliate-Marketing zum Beispiel mit Content-Marketing verbinden, so wie ich das mache. Du suchst dir also die Nische aus und kennst dich vielleicht in der Nische aus, die du gewählt hast. Das wäre von Vorteil. Und drehst zum Beispiel YouTube-Videos, gründest eine Facebook-Gruppe. Also all diese Dinge könntest du dann machen und Mehrwert liefern, gute Informationen liefern für deine Zielgruppe. Und über diesen Mehrwert, den du lieferst, kommen dann immer mehr Kunden auf deinen YouTube-Kanal oder in deine Facebook-Gruppe. Und da kannst du ihnen dann dein Produkt anbieten, diesen Affiliate-Link dann posten. Wenn sie auf den Link klicken, bekommst du eine Provision, wenn sie das Produkt am Ende kaufen. Das hat den großen Vorteil. Du bist überzeugt von dem Produkt und du spammst nicht irgendwelche Foren zu mit irgendwelchen Produkten, mit irgendwelchen Schrottprodukten, die keiner haben will. Und dann ist das Affiliate-Marketing auch seriös, was du betreibst. Dann ist es einfach nur eine ganz normale Empfehlung. Du bist der Empfehlungsgeber. Und wenn der Kunde dann am Ende auch zufrieden ist damit, dann ist es eine Win-Win-Situation. Du hast Umsatz gemacht, dein Kunde ist zufrieden und die Firma hat ihr Produkt verkauft. Also es ist eigentlich eine dreifache Win-Situation. Und das solltest du auch immer anstreben, dass alle zufrieden sind. Und dann macht Affiliate-Marketing auch Spaß. Das ist zumindest meine Meinung und so betreibe ich Affiliate-Marketing. Für all diese Punkte, die ich genannt habe, brauchst du keine eigene Website. Das kannst du also machen über diese Traffic-Quellen, die ich dir gerade eben genannt habe, über Social Media, auch über Instagram. Da hast du natürlich nur die Möglichkeit, in deiner Bio, also oben in deiner Biografie, einen kleinen Link zu posten. Und innerhalb deiner Postings kannst du keine Links verpacken. Das ist natürlich der Nachteil von Instagram. Deswegen empfehle ich dir, einen YouTube-Kanal zu starten. Also das wäre das wirklich Optimum, was du machen könntest. Beim YouTube-Kanal musst du schon ein paar Monate einplanen. Aber langfristig kannst du dir damit auch wirklich ein passives Einkommen aufbauen, weil du in Vorleistung gegangen bist. Du hast erstmal Content produziert. Du hast viel Mehrwert gegeben. Hast Arbeit reingesteckt. Und über die Dauer, über die Monate und Jahre wird dein YouTube-Kanal weiter ranken. In Google oder auch, wie gesagt, YouTube. Wenn die Leute dann drauf kommen und suchen irgendwas. Und kommen auf deine Videos und klicken dann drauf. Kaufen das Produkt. Kannst du wirklich langfristig dir ein passives Einkommen mit Affiliate-Marketing aufbauen, ohne eine eigene Website zu haben. Warum eignet sich aber eine Website trotzdem? Das kann ich dir ganz einfach begründen. Wenn du das Ganze noch verbinden würdest, die Leute kommen auf YouTube, auf dein Video. Du machst unten nicht direkt den Link rein zu deinem Affiliate-Produkt, sondern schaltest noch eine kleine Bridge-Page dazwischen. Also eine Website, auf der du nochmal Mehrwert gibst. Also neben deinem YouTube-Informationsgehalt nochmal ein bisschen Mehrwert auf deiner Website. Du könntest dann auf der Website die E-Mail-Adresse einsammeln. Im Gegenzug dafür, dass dein potenzieller Kunde zum Beispiel ein E-Book kriegt oder einfach Mehrwert bekommt, könntest du die E-Mail-Adresse einsammeln. Schickst ihn dann auf die nächste Seite, auf der er einen Button sieht. Und hinter dem Button verlinkst du dann zu deinem Affiliate-Produkt. Aber zwischendrin hättest du dann die E-Mail eingesammelt. Kannst dann weiteren Mehrwert liefern gegenüber deinem Kunden. Und kannst ihm vielleicht noch andere Produkte empfehlen, ohne dass du mühselig neue Kunden generieren musst. Wenn du die E-Mail-Adresse hast, hast du deinen Kunden und kannst immer wieder einen herantreten. Das ist ja der große Vorteil, wenn du eine Website hast. Es ist gar nicht schwierig, so eine Website aufzubauen. Ich nutze dazu die Software Builderall, die ich dir unten nochmal in der Videobeschreibung verlinke. Die kannst du auch 14 Tage kostenlos testen. Da hast du wirklich alles drin, vom E-Mail-Marketing-System über eigene Landingpages bauen etc. Also da ist wirklich alles dabei, was du brauchst. Per Drag & Drop kannst du dir einfache Websites bauen, kannst Buttons einbauen mit Animationen. Also das ist sehr, sehr einfach machbar. Gibt es auch verschiedene Plans. Also ein Free-Plan, wo du gar nichts bezahlen musst. Bist limitiert auf maximal 100 E-Mails, die du einsammeln kannst im Moment. Und ich habe so einen mittleren Plan für knapp 30 Euro im Monat. Und da ist wirklich alles drin, was ich fürs Online-Marketing brauche. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Schau es dir gerne mal an. Ich habe dazu auch schon einige Videos gedreht. Ich verlinke dir einfach mal ein Video, wie du eine eigene Landingpage ganz einfach erstellen kannst mit Builderall. Das solltest du dir mal anschauen. Damit kannst du dein Affiliate-Marketing dann aufs nächste Level bringen und mehr Umsatz Monat für Monat generieren. Das macht dann wirklich Spaß, wenn du so ein Tool hast, was dir die Arbeit wirklich erleichtert. Also Fazit. Es funktioniert ohne Website. Du kannst Affiliate-Marketing ohne Website ganz einfach betreiben. Über YouTube, Blog, Instagram, also Social Media zum Beispiel. Du solltest Mehrwert liefern. Du solltest Content produzieren. Das ist so meine Content-Marketing-Strategie im Bereich Affiliate-Marketing, die ich dir sehr empfehlen würde. Am Ende ist es aber sehr sinnvoll, eine eigene Website dazwischen zu schalten, um die E-Mail-Adresse einzusammeln und immer wieder an den Kunden heranzutreten. Also das war mein Fazit zum Thema Affiliate-Marketing. Schreib mir mal unten rein, ob du Affiliate-Marketing betreibst, ob du das genauso siehst, ob du das irgendwie anders machst. Wie gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du Affiliate-Marketing betreiben kannst. Würde mich mal interessieren, wie du das Ganze machst oder ob du überhaupt schon angefangen hast. Ansonsten würde ich mich ja freuen, wenn du den Kanal abonnierst, das Glöckchen aktivierst, damit du nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.